Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 3. Lasst uns hier verschwinden! So, der eine ist schonmal weg. Blöder Wichser! So läuft das hier. Ja, denn ich will nicht weiter. Klatsche, nehme ich mich nun wieder um. Ja, ich will nicht weiter. Und tot Das ist doch total behindert Ja, fick dich Meine Friselle Piss dich Arschloch Entschuldigung, hier muss doch irgendetwas sein Fuck man Aber ich habe jetzt meine eine Grenet hier noch Ich habe nur zwei Mann Scheiße Alter Das ist Der ist doch behindert Ein Hinterhalt Eins Entschüssene Fassen Lass uns hier verschwinden Ah Was Oh Fuck So Mach einfach mal den hier Und dann wieder weg Uff Deiner Pisser So 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 Schneller Sie sind hinter uns Was So Gar keiner So Jetzt habe ich euch das gezeigt Ihr Stück Scheiße Alter Kann man nur einem so hart auf die Eier gehen Hilf mir mit der Tür Nein Ich muss erstmal Munition sammeln Nein Nein Ich bin Mit dir Ja Oh Fuck Gott sei Dank Ich kriege aber nicht mehr Nein 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 Ah Ah Da sind noch mehr Ach Mist Lauf zum Torhaus Gut Puff Puff So läuft das hier Zacken Puff Nice Oh Ne 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 Ja Ne Nein Ne Wieso kann das nicht immer so einfach laufen? Versuche es wert Ja, ich hab getroffen Ich hab aber niemanden getroffen So Meine Fresse Lass uns doch einfach mal abhauen Junge Ist das denn zu viel? Warte lang Zack Nur in die Arme Hab ich kein Problem mit Ah, hier ist der Ausgang, Gott sei Dank Komm schon, wir müssen hier raus Wir schaffen das Okay, der Bus Wir nehmen den Bus Damit fallen wir garantiert nicht auf Morgen Glaubt mir, Leute, ist den Eintritt nicht wert Ja, los Zwei Zwei Ja, ja Hier hin Okay Ja, ja Ja Okay Ich mach das Kümmer dich um ihn Da kommen sie Sully, lass uns verschwinden Okay Schätze, die sind wir los Okay Jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden Gut Alles gut bei dir? Ja, großartig Das war echt knapp Das wird schon wieder Nein, ich mein das Ganze Das ist es einfach nicht wert Wir sollten das lassen Oh nein, 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 nein Ihr dürft nicht aufgeben Wenn die Schweine gewinnen sollten Nach all dem Werd ich euch das nie verzeihen Keine Sorge, Charlie Ich lass die niemals gewinnen Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen Ja Hast du schon einen Plan, Junge? Ja, ich gehe in den Jemen Bist du dabei? Ah, klar Okay, wir müssen schnell reinkommen Ohne Ärger Wir könnten da jemanden anrufen Wen? Oh nein Nein, nein, nein Hast du eine bessere Idee? Dann schieß los Wie wär's mit Na gut Ruf halt an Elena Fischer Auslandskorrespondent Hey, Sally Wie geht's, Schätzchen? Ach, nein Lass mal Das mögen die hier nicht Oh, klar Aber ihr zwei könnt Händchen halten Nein Wie geht's, Elena? Gut, danke Du siehst toll aus So, das werde ich Vermutlich bereuen Diese Passierscheine bringen euch Durch die meisten Kontrollen Okay, gut Wegen der Taschen Muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein Klar Zumindest jetzt noch nicht, hm? Okay Denkt dran Ihr seid jetzt Journalisten Also verhaltet euch auch entsprechend Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, sie meint dich Also was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig Ganz genau Keine verfluchten Schätze Nein Keine teuflischen Kriegsherren Nein Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du Oh, komm schon Ich schon wieder, oder? Das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort Ich nehme die Taschen und gehe schon mal Nate Du trägst ihn noch? Ja, tu ich Hier unten hilft er mir sehr Ach, wirklich Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch Was? Oh, oh, ja Und deswegen bist du doch eigentlich hier Du verstehst das nicht Ich habe endlich den Beweis Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien Vor 400 Jahren war er hier Warum, Nate? Naja, das wollen wir ja gerade rauskriegen Nein, ich meine, warum diese Besessenheit? Ich, ich mache mir Sorgen Ich passe schon auf mich auf, okay? Ich, ich spreche nicht von dir Was, Sully? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate Bitte, lass das nicht zu Komm schon, das ist nicht fair Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das kannst du vergessen Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht Ich werde euch nicht aus den Augen lassen Alles klar, Kapitel 10 Historische Forschung Oh, was ist das denn hier für eine Kamera? Schatz? Bist du da? 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 Da vielleicht? Aber hier Naja Okay Dann gehen wir mal Wenn du die Spur von Francis Drake finden willst Müssen wir in die Altstadt Das hier ist die Neustadt? Naja, relativ Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet Also gut, geh vor Alles klar Okay, da Seht ihr den Turm da vorn? Dort beginnt die Altstadt Alles klar Wo müssen wir hinkommen? Ja, ich dachte schon Lauf nur Salam Wa alaikum salam Oh Oh Okay, hier durch Was geht ab, Digger? Schön entspannt Okay, jetzt müsst ihr euch benehmen Ja, ma'am Kein Ding Wir gehen über den Markt Na klar Wenn du einen anderen kennst Wie sagst du erst gefragt? Wie kann man nur bei so einer Hitze schwarz tragen? Ich glaube, das ist die Kleidung der Frauen Ich kenne mich da ja im Bereich nicht so aus Verdammt, das Ding ist abgeschlossen Es machen die Hä? Naam Mein Fadlik Erf der Helper? Äh, tamam, tamam Tfadali Tfadali Danke Tfadali Zum Glück haben wir dich Ja, ganz sicher Okay, hier hoch Eine Treppe Und da rein Na toll Noch mehr Bullen Ja Ja, anscheinend kommen wir hier auch nicht durch Wir müssen einen anderen Weg finden Hey, hier hoch Es muss noch einen anderen Weg geben Der Pullert da wohl hart das Gewand an Na los, mir nach Ich war zu schnell So, nochmal hoch Dann hier hoch Bestimmt Dann hier hoch Dann hier hoch Dann bestimmt hier hoch War euch alles klar? Ja, wir kommen Läuft Wie es weiter geht, das sehen wir dann in der nächsten Folge Bis dann, haut da rein Ach komm Das ist eine Abkürzung Schon okay Hat aber nichts kaputt